Tanukupja-Sanar, die Stellung des Meisters Tanukupja-Sanar-Nattini zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist eine Art entspannte Hockstellung, könnte auch der Langsitz sein. Von hier ausgehend gibt die Unterarme unter die Oberschenkel bzw. zwischen Unter- und Oberschenkel. Du kannst dabei entweder aufgerichtet bleiben und dich so hinsetzen. Als zweites kannst du diese auch als eine Rücken-Gebeugt-Stellung nehmen. Dabei beugst du dich nach vorne und gibst den die Stirn auf die Knie. Eine andere Variation wäre noch, daraus die Füße etwas zu heben. Tanukupja gehört also zu den 84 Siddhas, den 84 Siddhas der Natha-Tradition, gehört also zu den 84 großen Meistern, nach denen 84 Asanas benannt wurden. Kupja heißt Buckel und so ist anzunehmen, dass Tanukupja jemand war, der einen buckligen Rücken hatte. Wir stellen uns immer vor, dass die Hatha-Yogis alle Kerzen gerade sind und gesund. Aber in der Tradition der 84 Nath-Siddhas findet man solche, die krüppel waren. Man findet solche, denen die Hände und die Füße abgeschlagen worden sind. Man findet solche, die ausgesehen haben sollen wie der Klöckner von Notre-Dame. Es gibt ja auch einen großen Heiligen namens Ashtar-Vakra an acht Stellen gekrümmt. Und es gibt eben auch Tanukupja, der höchstwahrscheinlich einen leichten oder stärkeren Buckel gehabt hat und dabei die Vollkommenheit erlangt hat. Tanukupja-Hasana ist eine schöne Stellung auch zum Ruhen, entweder im Gleichgewicht oder wenn die Füße auf dem Boden sind. Vermutlich auch eine Stellung, die man einnehmen kann, wenn kein Stuhl da ist und nichts, wo man sich wirklich draufsetzen kann. und man sich auch nicht hinlegen kann. So kann man sich regenerieren und ruhen. Gehört also zu den entspannenden und regenerierenden Asanas. Die Hüften sind stark gebeugt, Bauch ist gut massiert und der ganze Körper und der ganze Geist kann zur Ruhe kommen. Maria Mitri 30 33 34 31 37 37